ChatGPT bietet für den Hochschulbereich enorme Potenziale und ich meine, die Challenge ist klar. Wie machen wir das, dass wir da eine datenschutzkonforme Lösung finden, eine Lösung, die uns auch international unabhängig macht. Zum Glück gibt es Half-Key, ein kostenfreies Interface speziell für Hochschulangehörige. Kurzer Test an der Stelle, wer kennt denn schon Half-Key? Okay, ungefähr die Hälfte, einmal die Gegenstimme, vielen Dank fürs Voting. Okay, ungefähr 50-50, jetzt gehen wir nochmal richtig ans Eingemachte bei dem Thema und hören original von den Köpfen, was dahinter steckt und wie der aktuelle Stand der Entwicklung ist und wie ihr das auch für eure Hochschularbeit nutzen könnt. Denn sie bindet ChatGPT über eine API ein, die Prompts können somit nicht mehr Personen zugeordnet werden. Klingt gut, ist gut, es sind schon 30 Hochschulen dabei und es werden immer mehr. Und vielleicht können wir das Thema Half-Key ja auch für euch jetzt ein bisschen schmackhaft machen. Dafür begrüßen wir jetzt von der HAWK, der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim-Göttingen, die beiden Köpfe, die hinter dieser cleveren Lösung stecken. Sie geben uns Einblicken hinter die Kulissen, wo die Hürden liegen, was in Zukunft geplant ist. Und hier kommen Sie auch schon, Professor für Interaction Design, Stefan Wölber. Hallo Stefan, bitte schön, komm direkt mal in die Bühnenmitte, bitte schön. Und du hast mitgebracht Designer und wissenschaftlicher Mitarbeiter Vincent Timm. Vincent, wie bist du denn jetzt als Designer zum Thema Gen-Ei gekommen? Können wir gerne hier ein bisschen nach vorne. Reingerutscht tatsächlich, also Stefan wird es gleich noch ankündigen, aber wir sind ja eigentlich Interaction Designer. Man würde erst mal nicht vermuten, dass wir irgendwas mit generativer KI am Hut haben. Und gleich wird aber hoffentlich deutlich, dass wir versuchen, diese Interaktion zu schaffen. Und wir haben jetzt ja heute auch schon in den Vorträgen zuvor gehört, wie qualifizieren wir eigentlich LehrerInnen und Studierende, dass die mit diesen Tools arbeiten können? Und damit setzen wir uns eben auseinander. Was sind denn eurer Ansicht nach die Top 3 Kompetenzen, die wir brauchen beim Umgang mit Gen-AI? Kreativität haben wir vorhin schon gesehen. Reflektionsvermögen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache und Neugierde. Neugierde, sich auf neue Dinge einzulassen und sich dessen anzunehmen. Also ein bisschen auch gesunder Menschenverstand. Ja. Alles klar, Stefan. Es gibt da diesen Dreiklang bei dir. Design, Technologie, Wissenschaft. Das scheint sehr gut zusammenzupassen, oder? Ja, das ist so eine typische Schnittmenge. Wir kommen gleich noch drauf in unserem Fach Interaction Design, dass wir halt schauen, was können wir entwerfen, was können wir entwickeln und auch ein bisschen darauf achten, wie schauen andere auf uns. Also nicht nur als Kompetenz, sondern insgesamt, weil das natürlich wieder bei der Reflexion hilft. Oft ist man ja in seinem Tunnel drin. Und deswegen ist uns das so wichtig, aus drei Bereichen auf uns zu schauen. Wir sprechen über Gen-AI-Arbeit an der Hochschule. Deswegen machen wir einen kleinen Test mit unserem Publikum. Einmal bitte Hand hoch. Wer von euch ist denn, ich sag mal, zufrieden bis super happy irgendwie so auf der Skala in der Art und Weise, wie ihr Gen-AI in der Hochschularbeit einbindet? Einmal kurz ein Handzeichen. Zufrieden reicht schon. Eins, zwei, drei, vier. Okay, vielen Dank. Und einmal den Gegentest. Wer sagt, oh nö, das klappt bei uns noch so gar nicht, das Thema. Jet-AI an der Hochschule. Okay, das scheinen mir ein paar mehr zu sein. Ist das so das, was ihr auch wahrnehmt in euren Gesprächen? Ja, die Erreichbarkeit ist eine Sache und ein großes Thema Medienkompetenz auch. Wir arbeiten viel mit Digital Natives. Die denken, Medienkompetenz habe ich, kann ich. Und die dann nochmal zu erreichen und zu sagen, ist es wirklich so? Weißt du wirklich alles über Daten und über Werbung im Internet und wie man diese ganzen Tools auch souverän benutzt? Und das ist schwierig, die zu erreichen. Zum Glück haben wir ja euch heute da. Genau. Ich übergebe schon mal feierlich den Klicker. Dankeschön. Bitteschön, Stefan. Und für alle, die online dazugeschaltet sind, dieses iPad trage ich in den Händen, damit ihr uns direkt eure Fragen hier live auf die Bühne schicken könnt, die ich dann gebündelt am Ende zu euch hochbringe. Dankeschön und viel Spaß. Vielen Dank. Darum soll es heute gehen. Horki, HAWK, unsere Hochschule, haben wir ein I hinten dran gepackt. Da kommt der kleine Name her. Und uns beide habt ihr schon gerade kennengelernt. Warum soll es heute gehen? So im Großen und Ganzen um drei Punkte. Wie kommen wir eigentlich dazu, als Designende, generative KI mit KI interagieren zu wollen? Was ist es überhaupt, dieses Horki, über das wir hier reden wollen? Und was hat es mit dem Netzwerk zu tun, was wir damit erreichen und aufbauen wollen? Und da kommen wir, wie gesagt, her. Wir beide leiten da das Interaction Design Lab an unserer Hochschule. Und im Prinzip geht es im Interaction Design um die Gestaltung von Interaktionsmöglichkeiten. Manchmal so etwas Profanes wie dieser Klicker mit deutlich lesbaren Tasten vor und zurück. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, Interfaces zu gestalten für die Interaktion zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und Maschinen und heute natürlich vor allen Dingen zwischen Menschen und Systemen. Und das machen wir oft, indem wir beispielsweise die Schachfigur ganz konkret gestalten, damit wir dort König von Bauer und Dame unterscheiden können. Aber im Grunde genommen gestalten wir damit Rahmenbedingungen für eine Interaktion zwischen den Spielenden. Das heißt, wir gestalten nicht nur in dem Moment dieses Interface, sondern wir machen uns auch Gedanken über den Prozess dieser Interaktion, der über den ganzen Zeitrahmen verläuft und denken dann auch oft nach über ganze Systeme. Hier nochmal ein Visual zu der vorhin gestellten Frage. Wir sind hier in der Mitte. Wir haben natürlich eine hoffentlich gute Designkompetenz. Wir interessieren uns aber auch für Gesellschaftswissenschaften und arbeiten sehr gerne mit denen zusammen in interdisziplinären Teams. Und ganz wichtig ist für uns Technologie, nicht nur als Enabler, sondern wir benutzen das auch als kreatives Tool, als Entwurfstool. Und als ChatGPT im November 2022 rauskam, haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, naja klar, hier ist der Nutzer, die Nutzende, die mit ChatGPT interagieren kann und wir kennen die Problematik alle. Es ist aber nicht datenschutzkonform. Elisabeth hat es vorhin deutlich gezeigt, wie viele Daten mittlerweile abfließen. Und deswegen haben wir zunächst einfach ein relativ profanes Interface gebaut, um damit diesen Datenschutz und auch das Kostenpflichtige für unsere Studierenden hauptsächlich wegzunehmen und vor allen Dingen auch, um die Interaktion zu gestalten. Also nicht die direkte Interaktion mit ChatGPT, sondern mit unserem Interface, weil über dieses Interface haben wir auch eine gewisse Kontrolle. Und dann kam aber der nächste Punkt dabei, das meinte ich vorhin mit der Gestaltung eines Prozesses, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir das gut hinbekommen, diese Interaktion mit unserer eigenen Schnittstelle, dann können wir über diese Schnittstelle auch verschiedene andere Systeme ansteuern. Das können Open Source Large Language Modelle sein, unsere lokalen IT-Systeme, das ganze Datenmanagement, All das läuft also dann in der Perspektive über unser Interface über Hawking. Das heißt, wir kommen vom Interface eigentlich hin zu einem Ökosystem, ein Ökosystem, was an unserer eigenen Hochschule und an anderen Hochschulen läuft und zu dem wir natürlich auch herzlich einladen wollen mit unserer kleinen Demonstration heute. Und das heißt, dass wir in Zukunft eben auch Prüfungen, das Thema ist heute schon gefallen, abbilden können. Wir können unsere Studierenden einladen, über Hawking eine Prüfung abzulegen und damit ist auch im Prinzip ein KI-Leitfaden, den wir mittlerweile auch haben, darin abgebildet. Und so sieht das Ganze aus. Weiterer Klick, dann läuft das Video. Es ist, wie gesagt, ein relativ einfaches Interface, webbasiert natürlich. Wir haben mittlerweile fünf verschiedene Sprachversionen, was das Interface betrifft, die Large Language Models können das ohnehin. Wir haben ein Leitfaden, damit wir natürlich auch von Anfang an unsere Studierenden als auch Lehrenden und die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung auf verschiedene Dinge hinweisen können. Dann geht es gleich los. Man tippt ganz normal seine Anfrage ein, kriegt natürlich eine hoffentlich nützliche Antwort, kann auch beispielsweise zwischen dem einen oder anderen Modell hin- und herschalten. Und damit es nicht nur bei einem profanen Chat bleibt, haben wir uns von Anfang an sogenannte didaktische Räume ausgedacht, die wir mit verschiedenen System-Prompts hinterlegen, aber vor allen Dingen für die Nutzerinnen und Nutzer eine andere Ansprache haben, weil ich dann natürlich auch sagen kann, ich will heute wissenschaftlich arbeiten und wir schicken im Hintergrund entsprechende Prompts mit, damit die Antwort besser wird. Natürlich kann man HTML-Code abdrucken, das haben wir mittlerweile alles implementiert. Man kann sich auch zu Finanzen erkundigen, um dorthin zu kommen und auf die Art und Weise erreichen wir, glaube ich, möglichst viele auch auf dem Weg dahin, KI sinnvoll zu nutzen, weil das ist etwas, was wir bei uns auch feststellen, dass nach wie vor eine große Berührungsangst herrscht vor diesen Tools. Gerade im kreativen Bereich, weil viele sagen, oh Gott, wir verlieren unseren Job, das wird nicht der Fall sein, man muss aber die Tools kennen. Das hat dazu geführt, dass wir das im Mai letzten Jahres als Open Source online gestellt haben. Das hatte zwei ganz einfache Gründe. Zum einen, weil wir gemerkt haben, dass wir mit unserem kleinen Team natürlich auch an eine Grenze kommen bei der Entwicklung und zum anderen bringt Open Source natürlich auch Transparenz und das war uns wichtig, damit man sagen kann, hey, lieber Student, liebe Studentin, wenn du nicht glaubst, dass das wirklich anonym an Chat-GPT geht, guckt meinetwegen rein in den Code und auf diese Art und Weise haben wir mittlerweile sehr viele Hochschulen in unserem Netzwerk. Wir haben einen kleinen Slack-Channel eingerichtet, wo wir das machen können. Und das ist unser Team bisher. Dabei ist noch Arjan und Jonas. Wir haben auch das große Glück, mit Martin Alumni von uns zu haben, der mittlerweile PHP-Profi ist und uns berät. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und damit sind wir bei den Universitäten und Hochschulen, die das schon nutzen. Es sind 20, von denen wir das fest wissen, dass es in Gebrauch ist. Dann 30 weitere testen das Ganze. Wir haben Kooperationen mittlerweile mit der Uni Hamburg und Uni Gießen, was für uns sehr interessant ist, weil es länderübergreifend ist, damit man nicht immer so in seinem Kanal bleibt. Und an der Stelle gebe ich gerne an Vincent weiter, der das noch im Detail ein bisschen erläutert. Dankeschön. An der Stelle erstmal liebe Grüße an die Leute in Hamburg und in Gießen. Mit denen treffen wir uns gerade wöchentlich. Die haben nämlich gesagt, wir haben Lust, das mit euch weiterzuentwickeln. Und an der Stelle natürlich auch der Aufruf und die Bitte an alle, wir wollen das überhaupt nicht Geld kiepen. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, bitte meldet euch gerne bei uns. Und mit denen zusammen sitzen wir gerade an der zweiten Version von Hockey. Stefan hatte das eingangs erwähnt. Im ersten Schritt ging es ja erstmal nur darum, wie kriegen wir niedrigschwelligen Zugang hin, der jetzt datenschutzkonform ist an Hochschulen. Und wir haben jetzt aber gehört, es geht vor allem um die Prozessabbildung, auch schon in den Beiträgen vorher. Das heißt, wie können wir denn Prüfungsprozesse begleiten? Wie können wir Verwaltungsprozesse optimieren? Wie können wir Lehr-Lernprozesse optimieren? Und das versuchen wir eben mit neuen Werkzeugen abzubilden. Und das ist ja eben auch unsere Kernkompetenz, Prozesse zu begleiten, zu gucken, wo können wir das verschlanken, wo können wir das demokratisieren und dann die entsprechenden Werkzeuge dafür zu entwickeln. Und ich habe ein paar Designskizzen mitgebracht. Man wird sehen, wiefern das am Ende so aussieht, aber einfach, damit wir nochmal ein bisschen darüber reden können, was gerade ansteht und was wir gerade machen. Als allererstes haben wir uns natürlich nochmal um die Architektur im Hintergrund gekümmert. Ist zwar langweilig, aber wichtig, weil wir gesagt haben, okay, wenn jetzt schon so viele Hochschulen Interesse daran haben, dann lass uns das direkt richtig aufsetzen, dass das auf richtigen Beinen steht. Und haben es nicht nur im Hintergrund modularisiert, sondern haben es auch im Vordergrund modularer gemacht, weil auch das haben wir schon festgestellt. Wir sind ja viel virtuell rumgereist an die verschiedenen Hochschulen. Nicht nur an den Hochschulen sind spezielle Werkzeuge gefordert, sondern allein die Fakultäten an sich haben schon unterschiedliche Ansprüche an die Werkzeuge und was sie genau brauchen. Und deswegen haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach ein System machen, wo man einzeln die Sachen dazuschalten oder wegschalten kann, wie es eben gebraucht wird. Und jetzt fernab davon, dass wir es einfach ein bisschen mehr aufgeräumt haben und viel mehr so User Experience und UI Design Komponenten mit reingenommen haben, steckt dahinter auch so ein bisschen der Hintergedanke, wenn wir ein Interface über viele Hochschulen nutzen, was können wir dann teilen und was behalten wir lokal? Und ihr seht unten links in der Ecke zum Beispiel so ein Promptkatalog. Und man muss sich ja nur vorstellen, wie mega nützlich es wäre, wenn dieser Promptkatalog mit allen Hochschulen verbunden ist, die eben auch dieses Interface nutzen. Das heißt, alle PhysikerInnen oder alle GeisteswissenschaftlerInnen können sich dann in diesem Promptkatalog beteiligen, sehen, was sind relevante Prompts für mein Thema und können da in einer Art Community auch zusammenkommen und miteinander interagieren. Und weil wir den Prüfungsprozess und den Dokumentationsprozess schon angesprochen haben, haben wir gedacht, ein erstes richtig gutes Feature, nachdem wir die Speicherung, habe ich vergessen, da arbeiten wir auch gerade dran, dass die Chats wirklich gespeichert werden, datenschutzkonform, wäre dann natürlich zu gucken, ist zwar schön, wenn ich einfach den ganzen Chat exportieren kann und dann eine PDF habe mit dem gesamten Verlauf, aber können wir da nicht noch einen Schritt draufsetzen und sagen, kann man nicht in dem Generierten direkt Sachen markieren und da seine eigenen Kommentare hinterlassen. Das heißt, das macht es dann Lehrenden einfacher, wenn sie die Abgabe von der Dokumentation bekommen, zu sehen, was für Hintergedanken hatte die studentische Person eigentlich, als sie diesen Prompt geschrieben hat oder als sie dieses Ergebnis bekommen hat. Ich war vor ein paar Wochen auch auf der Alumni-Konferenz und habe da geredet und Assistenzsysteme, schon ein altes Thema irgendwie, aber nichtsdestotrotz mega interessant und relevant für die Hochschulwelt. Und da haben wir uns überlegt, wäre es nicht super, wenn man so eine Alumni-Matching-GPT hat, wo man einfach sagen kann, das sind meine Alumni, das sind meine aktuell Studierenden mit ihren Projekten und mit ihren Themen, kannst du nicht einfach ein Matching machen und die Alumni's thematisch richtig mit den Studierenden zusammenbringen und kannst du mir dann nicht auch direkt eine E-Mail schreiben, damit die beiden in Kontakt treten können. Und man hat das, ich meine mal kurz zurück, unten links, wähle Datensätze aus. Da wird es natürlich richtig interessant. Das haben wir sozusagen auch vor, das ganze Hochschulwissen zu vektorisieren, aber dafür ist es dann wiederum notwendig, dass wir auch wirklich lokal laufende Systeme haben, damit die Daten nicht irgendwie abfließen und bei irgendwem anders landen und mitgelesen wird. Vor allem, wenn es jetzt um Forschungsdaten geht, die auch noch nicht veröffentlicht sind und so weiter. Die Überlegung ist aber dann zu sagen, wenn wir an der Hochschule die Datensätze einmal vektorisiert haben, ist es dann nicht super, wenn man dann mit einem Rechtesystem auch darauf zugreifen kann. Und das könnten Datensätze sein, das könnten Dokumente sein, das könnten Webseiten sein, Sachen aus der Cloud oder Sachen aus dem Intranet oder aus dem Wiki, aus dem eigenen. Und dann könnte man sagen, ich brauche zum Beispiel jetzt nur die Kooperation mit Unternehmen. Ich brauche die Drittmittel und Förderung und alles zu Technologietransfer und Innovation und kann dann eben Assistenzsysteme bauen, wo ich genau sagen kann, mit welchen Unternehmen haben wir denn schon kooperiert und was für aktuelle Forschungsprojekte haben wir denn und wo gibt es da Synergien? Und dann könnte man das direkt angehen. Und eine letzte Sache, die ich noch mitgebracht habe, ist das Thema Gruppenchats. Das heißt, sobald wir dieses Thema mit der Speicherung von Chats gemacht haben, ist bei uns auf der Priorisierungsliste, dass wir uns um Gruppenchats kümmern. Und das meinen wir nicht in der Form, wie man das von ChatGPT kennt, dass man einfach den Chat teilen kann, sondern uns geht es darum, dass Studierende, Lehrende, Leute in der Verwaltung ihre eigenen Gruppen aufmachen können, sich ganz normal austauschen können, wie eine Kommunikationsplattform und zu jedem Zeitpunkt aber in unserem Fall sagen können Ad Hockey und den Prompt dahinter schreiben können. Und dann antwortet eben die KI, wenn ich sie so anspreche. Und der eigentliche Hintergedanke, den wir damit haben, ist, kann so nicht eigentlich eine gegenseitige Qualifizierung stattfinden? Weil auch das haben wir schon gemerkt, der Schulungsbedarf ist enorm. Wie soll man das alles leisten? Und ist es nicht sinnvoller, wenn man das unter den Peers macht? Das heißt, wenn eine studentische Gruppe sich bildet und da eben schon eine Person drin ist, die sich mit Prompten auseinandergesetzt hat, dann können alle anderen in der Gruppe eben auch sehen, wie sah denn dieser Prompt aus, wie war das Ergebnis und wie wurde damit weitergearbeitet? Das leidige Thema digitale Souveränität habe ich auch noch als Letztes mitgebracht, weil, oder vielleicht erst mal der Hinweis, es gibt eine mega gute Handreichung vom Hochschulforum Digitalisierung, die mal rumgefragt haben an den Hochschulen, wie sieht es denn mit digitaler Souveränität aus und was ist denn da wichtig? Und da kommen immer so Themen, die sind irgendwie nicht so sexy, aber wichtig. Und alle Leute zeigen immer mit dem Finger. Und das mache ich jetzt auch einmal kurz. Microsoft hat zum Beispiel die Recall-Funktion angekündigt. Das heißt, alle fünf Sekunden werden im Hintergrund Screenshots von eurem PC gemacht, damit die KI in jedem Moment genau weiß, was hat die Person als Letztes gemacht und wo braucht sie Unterstützung. Meta hat angekündigt, dass alle Daten, die auf Instagram und Facebook seit 15 Jahren rumliegen. Super, vielen Dank, liebe Leute, für diese ganzen Datensätze. Wir nehmen die jetzt mal, um unsere Modelle anzutrainieren. Und OpenAI hat vor kurzem neue Sicherheitsmechanismen vorgestellt und stellt sich raus, dass diese Sicherheitsstandards eigentlich nur von großen Unternehmen erfüllt werden können. Das heißt, mit diesem Vorschlag von OpenAI, diese Sicherheitsstandards umzusetzen, schließen sie sozusagen diese ganze Open Source Community aus, weil die eben nicht die notwendigen Mittel haben, um diese Sicherheitsmechanismen alleine durchzusetzen. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Finger wackeln, habe ich jetzt doch gemacht. Aber ich glaube, diesmal ist es anders. Und wir haben das in den vorherigen Beiträgen auch schon gehört. Es ist nicht wieder nur einfach ein weiteres Open Source Projekt, sondern es geht jetzt darum, dass wir alle Prozesse uns in der Hochschule einmal angucken können und die überarbeiten können und gucken, wo gibt es denn sinnvolle Werkzeuge, die den Ablauf erleichtern, die den Weg für neue Innovationen an Hochschulen legen. Und vor allem ganz wichtig, mit einem Interface, was alles vereint, lösen wir so ein bisschen diese ganzen Wissensinseln, die es an den verschiedenen Hochschulen gibt, auf und sagen, lass uns doch einfach einen gemeinsamen Wissenspool bauen, von dem alle profitieren können. Und das sind irgendwie schöne Worte. Ich wollte schon immer eine One-More-Sing-Folie haben. Das sind immer schöne Worte, aber man soll dann ja irgendwie auch Taten sprechen lassen. Und deswegen lassen wir es uns nicht nehmen, heute nochmal anzukündigen, dass wir eine strategische Kooperation mit der GWDG eingegangen sind und die stellt über das KI-Service-Zentrum Kiski allen Hochschulen, die das Hockey-Interface nutzen, vier Open Source-Modelle kostenlos zur Verfügung. Das heißt, es gibt jetzt in Deutschland keine Kostenkontrolle oder keine Kostenschranke mehr, die verhindern würde, dass man generative KI datenschutzkonform an Hochschulen einsetzen kann. Und das heißt, kostenloser Zugang für alle. Die GWDG übernimmt die Kosten für den Serverbetrieb und die Modelle. Und ihr habt die volle Kontrolle über das Werkzeug, weil unser Interface steht eben auch Open Source zur Verfügung. Und damit sagen wir vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben auch eine Menge Fragen reinbekommen. Wir hatten ja gerade schon ein paar Fragen hier seitens des Publikums. Ich möchte jetzt mal diplomatisch, weil die Online-Zuschauenden noch nicht so Gelegenheiten hatten, teilweise Fragen einzugeben, mir erst mal hier einige greifen. Erstens mal, vielleicht so eine Schnellrunde können wir machen, weil wir wirklich ein tolles Interesse und Feedback bekommen haben zu eurem Vortrag. Zu Recht. Und zwar, wie viel Euro pro Monat aktiver User, also so ein bisschen den Kostenrahmen. Könnt ihr dazu irgendwas nochmal sagen? Ja. Also es variiert natürlich von Hochschule zu Hochschule. Leute, die jetzt IT haben und viel Programmcode generieren, haben dann höhere Kosten. Ich glaube, bei der Uni Hamburg, die mit 60.000 Studierenden haben, lag der Kostenpreis im Monat pro Nutzen der Person bei ungefähr einem Euro. Das war aber mit GPT-4 Turbo und mit GPT-4O haben sich die Kosten nochmal halbiert. Also liegen die wahrscheinlich so bei 50, 60 Cent. Und wir lagen an unserer Hochschule vorher pro Monat pro Person bei 50 bis 60 Cent, die wir an OpenAI gezahlt haben. Aber auch das ist jetzt nochmal durch GPT-4O runtergegangen. Und zukünftig dann eben nur noch die Stromkosten für den Serverbetrieb, wenn wir eigene Modelle betreiben oder Shared Hosting haben. Okay, schnappen wir uns die nächste Frage. Kann man damit auch Kontingente definieren? Also da steht ja also x Tokens pro User pro Monat maximal. Ja, es gibt Hochschulen, die das schon gebaut haben für Hockey. Also ja, gibt es. Ist die Antwort. Okay, top. Welche Serverleistung braucht man ungefähr pro 1.000 Studierende? Welche Nutzungszahlen gibt es derzeit schon? Man braucht eigentlich selbst kaum Serverleistung, weil wir ja nur das Interface hosten. Die ganze Rechnerleistung passiert ja derzeit bei OpenAI oder halt eben ab heute bei der GWDG. Von daher ist das keine große Sache. Hockey läuft auf PHP und MySQL. Das ist einfach ein Setup, dass das unserer Erfahrung an den meisten Hochschulen da ist. Und das ist es eigentlich. Normaler Web-Server. Okay, so ich sehe einige Sachen wurden auch schon. Ah, hier haben wir eine Frage noch nicht beantwortet. Wie könnte eine Schweizer Hochschule Hockey nutzen? Hockey nutzen? Ja. Einfach zu GitHub. Einfach mitmachen. Einfach mitmachen, Code runterladen, installieren, Logo auswechseln, einfach ganz HWK-Logo drauflassen und nutzen. So einfach ist es in der Tat. Ich schaue mal, was hier noch so reingekommen ist. Wie steht? Also übrigens ganz kurz mal ein Kompliment Kompliment an alle Online-Teilnehmenden. Ihr seid super. Es ist ein ganz lebendiger Chat hier. Das freut uns natürlich sehr, dass wir so die Möglichkeit geben, Leuten nicht nur in Korschenbräuch und München zuzuschalten, wahrscheinlich aus Hawaii, aus New York, Rio, Tokio, man weiß es nicht. Tolle Fragen und danke auch, dass ihr so rege mitmacht. Also, wir schnappen uns die nächste Frage. Wie steht das Team zur Abhängigkeit von einem Anbieter hier OpenAI zum Hintergrund? Arbeit in der Wissenschaft? Irgendein Link noch, der ziemlich lang ist, aber danke schön für die gute Frage. Also, wie wir dazu stehen, zur Nutzung von OpenAI. Das war super. Wir waren zunächst begeistert, das meine ich mit der Neugierde. Da kam eine neue Technologie, wir haben es sofort ausprobiert und haben dann aber festgestellt, oh, Moment mal, da läuft gerade was schief, gerade in den letzten Monaten. Dieses Wettrüsten immer höher, immer weiter, immer schneller, das kann nicht funktionieren und aus dem Grund hatten wir auch von Anfang an ein großes Interesse, das Open Source zur Verfügung zu stellen oder eben jetzt auch diese freien Modelle zu bekommen. Da haben wir das große Glück, mit der GWDG natürlich einen super Partner in Göttingen gleich nebenan zu haben. Wir sind aber der gleichen Meinung wie unsere VorrednerInnen, dass wir sagen, eigentlich müssen wir uns hochschulübergreifend organisieren und Server zur Verfügung stellen, die dann alle nutzen können in Deutschland. Wer auch immer das übernimmt. Gut. Danke für Ihre Arbeit. Können Sie was zur Zeitschiene zu HfG 2.0 sagen? Wir machen. Wir machen. Je mehr Leute mitmachen, desto schneller geht es, hoffentlich. Super, also alle mitmachen. Wir versuchen bis Ende des Jahres noch was Neues rauszuhauen. Dann gibt es ein Lob für euer schickes Outfit. Das möchte ich auch nicht unbenannt lassen an der Stelle. Nicht wahr? Ich bin sexistisch. Was haben wir hier noch? Genau, eine Frage der Skalierung. Wow, der Mic Drop ist ja eigentlich die Nutzung der offenen Modelle durch die GWDG und damit die Abschaffung der Abhängigkeit von OpenAI. Bravo. Wie kann das skaliert werden, wenn jetzt alle Hochschulen mitmachen wollen? Dann rauchen wir bei der GWDG die Server. Das ist dann deren Aufgabe. Nein, der ernsthafte Hintergrund ist, wir wollen ja damit zeigen, auch mit unserem prototypischen Denken, dass das funktionieren kann. Wenn das jetzt wirklich, was ja erfreulich wäre, stark skaliert, dann brauchen wir natürlich neben der GWDG auch andere Anbieter, die mitmachen bei der ganzen Sache, damit es dann eben auch in der Masse skalierbar ist. Auch hier wieder die herzliche Einladung. Open Source macht mit und stellt uns noch ein paar Superchips dahin. Genau. Und an der Stelle auch das diplomatische Angebot an euch. Jetzt haben wir ein paar Fragen aus dem Chat gehabt. Wer sagt, hey, ich habe auch noch eine Frage. Ich sitze hier vorne in der ersten oder letzten Reihe. Hebt einfach eure Hand und da ist unser Mikrofon und wir kommen sofort zu euch geschwebt. Okay. Und ein Impuls hier. Sonst machen wir an der Stelle mit den Online-Fragen weiter, denn davon haben wir noch genug. Was haben wir? Auch nur zwar für private Hochschulen. Ja, klar. Ja, sind auch private mit dabei jetzt. Wir werden oft gefragt, habt ihr jetzt ein Start-up und ich sage, ja, die Yacht in Monaco liegt schon da. Nein, das ist Open Source. Also wir haben da keine kommerziellen Interessen dran. Kann jeder nutzen, auch private Hochschulen. Sehr gern. Ist denkbar oder geplant Multi-Agent-Creatures zu ermöglichen, ähnlich wie PoE.com? Ja. Wir haben uns vorgenommen, jede Frage einfach nur mit Ja zu beantworten. So kommen wir schnell durch. Es war noch 87 hier in der Pipeline. Hier sagt noch jemand, aber die Nutzung von ChatGPT über GWDG ist außerhalb von NRW für Hochschulangehörige nicht kostenlos richtig. Die Info zur kostenfreien Nutzung bezog sich nur auf die Open Source-Modelle. Fragezeichen, sagt die Moderatorin. Ja, klar. Ja, klar. Also Open AI kostet bares Geld, Open Source-Modelle kosten nichts. Nur, dass wir es nochmal klar und deutlich hier mit Unterschrift. So, wiederhole nochmal meine Frage. Ah, anscheinend haben wir es noch nicht beantwortet. Entschuldigung. Dann greifen wir es auf. Kann man damit auch Kontingente definieren, also x Tokens pro User pro Monat? Doch, das hatten wir doch gerade schon. Aber wir sagen es gerne nochmal. Also, es gibt jemanden, ich meine mich zu erinnern, von der ALP in Dillingen und die Person hat ein Stundenkontingent, ein Stunden-Token-Kontingent pro User implementiert. Das haben wir in unserem Hauptcode nicht implementiert, weil wir nicht die Erfahrung gemacht haben, dass uns die Kosten um die Ohren geflogen sind, sondern es hat sich auf einem stetigen Niveau eingependelt, was wir auch gut bezahlen können, was nicht teuer ist. Plus jetzt kommen noch die Open Source-Modelle dazu. Da haben wir wenig Bauchschmerzen, aber das gibt es und ich kann gerne bei Bedarf weiterleiten, dass da Kontakt stattfinden kann. Das ist ja gerade das Schöne an dem Modell, dass jede Hochschule einzelne Bausteine selbst bauen kann und wenn sie mag, das auch eben wieder in die Community zurückgeben, was auch die Hamburger machen, auch die Gießen gerade. Das ist ja schön an dieser Zusammenarbeit. Okay, so, viele Fragen, tolle Präsentation. Vielen herzlichen Dank, Stefan und Vincent. Vielen Dank, danke schön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.